An den Einsatzkosten für die Polizei beteiligt werden, das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Auslöser war ein Libanbescheid der Stadt Bremen. Sie fordert über 400.000 Euro von der deutschen Fußballliga für einen solchen Einsatz. Dieser konkrete Fall wurde allerdings an das Bundesverwaltungsgericht Bremen zu bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017